Oder Norden, Osten, Süden, Westen, wir haben mal... Oh, geil. Mademoiselle. Wir hatten nur das. Wie machst du das? Wie mache ich was? Vergessen. Wie wirst du all das wieder los, was du getan hast? Och, ist ganz leicht. Man lernt eben damit zu leben. Also, der Moment der Wahrheit. New York oder Paris? Oh, shit. Scheiße. Wir müssen zusehen, dass das Ding irgendwie schneller wird. Muss ich kurz ändern? Nein, ich ändere einfach mal. Irgendeine Art Gashebel oder Beschleunigerhebel oder so. Weißt du, wie das Ding aussieht? Keine Ahnung. Hilf mir suchen. Elizabeth! Ich hab' nur fest! Hui! Oha. Hm, 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 hm. Oh, der Vogel und Elisabeth haben mal eine Art Verbindung zueinander. Hm, toll. Oh, shit. Kling, Kling! Na, bling, bling! Oh, die Spaß ist nicht schön. Aber wenn man es ihm vorsingen kann, bringt er einen hin, wo man hin muss. Ey, verarschend. Wer seid ihr? Wir sind da, wo wir gebraucht werden. Und werden gebraucht, wo wir sind. Comstock benutzt also diese Songs. Gibt es noch weitere? Einen, der uns Songbird vom Hals hält? Vielleicht sollten Sie den Maestro selbst fragen. Und wo ist er? Natürlich. Wenigstens ist das Piano noch da. Piano verschieben. So, da hätte die kleine, verwirrte Bitch jetzt auch nicht drüber klettern können. Oh. Hm, okay. Okay. Na dann. Hier. Okay, alles fein, ne. Joa, genau. Weiß hält die drei Sachen aus. Los. Ah, stimmt. Ich habe bloß meinen Raketenwerfer. Genau. Oh Gott, das ist ein hässlicher Treppeneffekt. Nein. Oh, jetzt ist er scheinigermaßen weg. Boah, er war ja richtig hässlich. Unspielbar so, ey. Bläh. Er war so gruselig. Oh Gott. Pumission. Hier. Hier, Bucker. Danke. Ruhi Guck mal, ist da was drin? Ja Noch ne Kiste Ja Oh yeah Oh komm, bitte lass da Leben drin sein Oh, Panzervollziehung Mach mal La 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 Hier genau, das ist er Er wird den Börsgern schaden, machen wir auch noch Wir haben ja genug Geld noch Okay Au, guck mal Kann man sehen, ah genau, okay Okay, genau, perfekt Dankeschön Kleiner Giftzwerg So, Biatch Biatch Oh, wieder von überall Elisabeth Na dann Ja, Muni voll Das war in Deckung und Schild aufladen lassen WTF Was bringt die jetzt? Guck mal, das steht hier drauf Columbia Daily Docking Schedule Ah, okay Sowas wie ein Fahrplan Nehme ich an Müsli im Mülleimer Schmeckt bestimmt gut Mach ja auch immer zum Frühstück Eigentlich voll das Armen-Spiel hier Da kannst du alles durchsuchen, gell Voll das Penner-Spiel so Ah, hier unten Guck mal, selber die Götze Ja, also Woll ja Geige durchsuchen So Und ab Da rein Musst ein Schloss knacken Sieht kinderleicht aus Was ist das mit diesem Song, der den Vogel ruht Es ist halt, du Schwuchte Es war immer so Als kleines Mädchen habe ich ihn immer gern gehört Gern gehört? Ich hatte ja nur ihn Er fütterte mich Brachte mir Bücher Er war Mein Freund Freund? Bis ich größer wurde Dann hasste ich ihn Weil er mein Wärter war Aber er ist nur Comstocks Geschöpf Genau wie ich Geschafft Ja, die hat einen Schlossgang genau so lang gebraucht Wie mit ihrer Mentalität Scheiße, ich wieder So Mein Ventilator ist auch relativ laut Steht es hinter mir Ach ne, das ist mein Handy Achso Ich wundere mich schon, warum mein Tisch hier so vibriert Ich denke, das ist irgendwie mein PC oder so Full Strange, ne, hat mir bei WhatsApp geschrieben Und zwar Der Andreas Hast du für GTA gezahlt? Also für das auf dem Handy? Ja klar, hör mal So So So, wo müssen wir jetzt hin? Hier, so Da von hin Ach, guck mal In so einer riesen Kiste Nur ein Apfel Weiß mal hier auch mal Kisten werden ja nicht so effektiv genutzt Oh, mein Nase ist so am Arsch Alter Leck mich doch Aber bei sowas darfst du dann auch noch mitgehen So Drecksplatten kaufen Der weiß, bist du ja krank die ganze Woche Dann sagt sie Ja, der hat den Urlaub gehabt die ganze Woche Du musst arbeiten Na genau So sieht's aus, Alter Weil man Urlaub hat, wenn man krank ist, ey, weißt Den Satz, ey, da hätte ich schon wieder austicken können Boah, ey Fuck mich das ab, ey Die scheiß Nase Es gibt's so auf den Sack, Alter Ohne Mist Boah, gibt die Schlimmerse Als verstopfte Nase Er kann sich atmen, gar nix, ey Also atmen kann schon, wäre ja blöd Aber nur so scheiße Warf ihn auch doch mal Motorisierter Patriot Ja, können wir machen, der ist ja gegen uns Prost mal, Alter Ah, genau, okay Oh Oh Uh oh. Das bleibt bloß in Deckung hier, Schätzelein. Damit ich hier alle umbringen und plündern kann. Vergiss nicht deine Kräfte einzusetzen, sagen sie mir. Ich bräuchte hier Hilfe. Vergiss nicht, ich finde es nur irgendwie viel zu blöd die Kräfte einzusetzen. Ich weiß nicht, hab ich irgendwie Bock drauf irgendwie. Muss ich mal ehrlich sagen. Und hier müsste dann auch was drin sein, nehme ich an. Eine Präzisionsgewehr. Oh, ups. Schuss. Kommst doch, wir kommen, du Schwanzlitzscher. Die beiden, zumindest sie, erfand die Technologie, durch die diese Stadt schwebt. Riesenbalance? Quantenpartikel, die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Also nicht Riesenbalance? Aber in meinen Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte ja, sie kommen. Das stimmt nicht. Gut. Ich wollte sagen, dass sie kommen. Hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ist das korrekt? Etwas sagt mir, die sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Wo wollen wir hin? Das sind die. Nein. Der Subjuntif? Das ist kein Subjuntif. Ich glaube, die Syntax ist noch nicht erfunden. Zu haben gehabt haben sein. Zu haben gehabt haben sein? Das stimmt doch nie. Die scheinen helfen zu wollen. Die scheinen sie nicht alle zu haben. Wie ich unsere scheiß deutsche Sprache kenne, ist das wirklich Plusquam Perfekt Future 1. Also ein Mist. Unbekehrt mehr seltsamer. Hm. Was denkst du, wie die das machen? Dazu komme ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert habe. Wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert habe. Das stimmt doch nicht. Guter Einwand. Dann muss man sich über so zwei Vögel auch nicht mehr wundern. Komm. Komm, Stockhaus ist davon. Dazu kommen wir, wenn ich das mit der fliegenden Stadt kapiert habe. Schlagfertige Antwort. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen. Ich stehe davon. Komm, Stock? Ja, ich denke schon. F. Ich drücke immer E. Tja, ich schätze, du wolltest... Damn. Mach gerade auch, ehrlich gesagt, voll Bock zu spielen. Also habe ich gerade voll Lust drauf. Wenn ich früher mal aufgenommen habe, immer so ein bisschen halt, halbe Stunde oder so, dann hatte ich keinen Bock mehr. Aber jetzt gerade... �... ...Ich hätte gerne eine andere Vergrößerung. Okay, so witzig war der auch wieder nicht. Aber doch, für mich schon. Erhöht die Dauer von Betäubungen.